Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich war sehr jung, 18. Ich war sehr jung und hatte so noch nie an einen Mann gedacht. Und dann habe ich mich wirklich so plötzlich in diesen langen Menschen da verliebt. Und dann ist es noch heute der Fall. Und dann ist es noch heute der Fall. Anders weiterleben.